Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Michael Kanzlerabend mit Kipp und Jungen und ein Kipp! Ja, finde ich eine Top-Anmode. So soll das laufen. Leute, wir gehen heute in die Hunting-Dimension. Uh, das hat funktioniert. Leute, kommt ihr? Kommt ihr? Hallo? Hier, hinterm Hauf? Ja, ja, ja. Ja, du bist ja richtig flott unterwegs so. Jetzt nicht hetzen! Ich gehe rein. Bin ich dir nicht schnell genug? Bin ich dir nicht schnell genug? Wie kommen wir da rein? Achso, die generieren deswegen. Schiffbrücken. Ja, nice. Ich wollte zurückreportiert. Okay, jetzt bin ich hier. Vielleicht wenn du Schiff drückst. Wo zum Fick sind wir? Leute? Da haben wir hier Time Set Day. Gibt hier keine Sonne. Oh Gott. Ich kann nicht fliegen. Was ist denn das? Nein! Nicht nochmal Schiff drücken. Ja, warum solltest du auch fliegen können? Gämpel. Gämpel. Boah. Das war hier gerade der Inbegriff von ich finde deinen Namen nicht raus. Warte, okay. Ich verstehe diese Dingens nicht. Diese Dimension nicht. Hi. Ach verdammt. Oh, hi. Kennst du schon meine Nonno-Rüstung? Oh. Das ist irgendwie nicht. Wie ist das Wasser? K-k-k-k-k-k-k-kalt. K-k-k-k-k-kalt. Hier, spiel mit dem Bogen. Also wir werden zwar dann generiert, aber hier ist nur Wasser. Oh nein. Das Ding ist echt gut, Alter. Hier ist seriously nur Wasser. Ja. Also ich habe keinen Bock hier zu bleiben. Tschüss. Ich verstehe das hier nicht. Leute, wenn ihr Plan von dieser Dimension habt, sehr gerne in die Kommentare damit. Ich habe keine Ahnung. Wir verpieseln uns wieder zurück nach Hause. Au. Nicht schon wieder. Ja doch schon wieder nach Hause. Warum bist du denn die ganze Zeit vergiftet? Komische Dinge, Alter. Jan ist gerade wieder reingegangen. Wie der nicht zu bauen wollte. Holy shit. Oh mein Gott. Nee. Ich habe meinen ersten Kill. Katze, weißt du was ich habe? Das war nicht dein Erster. Ja. Nein. Ich habe eine Pickaxe mit 17 Mining Speed. Das ist fast... Die ist fast so schnell wie die... Nein, die ist gerade... Die ist fast so schnell wie Efficient C5. Äh, Dia. Aber sie hat Night Vision, wenn du sie in der Hand hast. Und ist magnetisch. Mein OZ-Flot in meinem Momentar gibt mir noch ein Haste-Effekt. Ich baue so schnell Dirt ab. Ah, warte. Ich habe es gerade nicht im Momentar. Wow. Äh, hier. Warte. Ich baue so schnell Dirt ab. Ja, ist ja echt schnell. Wenn ich das Ding... Guck mal, wie hältst du es denn? Ja, herzlichen. Ja, gut, okay. Ich baue so schnell Holz ab. Impel, du bist wieder auf Schnellade. Weißt du, wie schnell ich Holz abbaue, Katze? Ja, ich kann es auch mit der Dia-Spitzhacke machen. So ist es nicht. Ja, guck. Ja, aber dauert es trotzdem. Ich meine nur, wenn ich mit dem Haste... Ja, dafür meine ich da an. Ich sehe es, ja. Dann kriege ich auch mal so Speed-Boost-Schuhe oder so. Hier, du kannst das haben. Hallo. Hallo. Du wirst nicht auf mich schießen. Dafür haben wir Jan. Hey. Oh. Jan hat aufgefunden. Dein komisches Ich-Furze kommt mittlerweile übrigens direkt rein in den Mund. Das sieht interessant aus, milde gesagt. Funktioniert nicht. Na komm, ich habe ein gutes Haare. Wer von euch ist der Schlauberger, der einen ganzen Stack Quest-Bücher braucht? Arrrr. Alter. Warum haben wir Quest-Buch? Wie kommst du darauf? Ja, weil jemand alle Quest-Bücher rausgenommen hat. Gimpel. Nee, Jan. Nee, Gimpel. Ich... Wow, ich nicht, Jan. Nee, oder? Ich weiß ja nicht. Hä, die sind doch da drin. Arrrr. Oh, da drin. Gimpel. 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 Ich habe sogar gesehen, wie sie reinkriegen. Arrrr. Ich bin ein Gerard. Arrrr. Funktioniert die Scheiße auch? Na, was habe ich hier? Oh. Lappen. Au. Warum tut du das? Er ist bei mir verpackt. Ich steck hier immer noch drin. Er hat einfach... Au. Hattest du einen kleinen Paddle mit dem? Er ist schon immer noch da. Fickst du mich? Ich bin immer noch da. Das ist der Screenshot für heute, Alter. Oh Gott. Jan des Todes, ey. Ähm, Katze. Hat er das? Ja! Alter. Nee, das ist meins. Alter. Die Katze? Guck mal Jan an. Guck mal Jan an. Guck mal Jan an. Oh Gott. Ich rette dich. Ich rette dich. Oh nein. Ich rette dich. Ich bleib lieber hier oben. Ich rette alle. Das ist cool. Ich rette dich. Ich bleib hier. Jetzt wirst du tot. Mir gefällts hier. Wie lange essen das? Ach, das geht ja eigentlich, ne? Alter, wer hält das denn? Ey, ey, ich flieg hoch. Ich flieg gleich. Tschüss, Kempel. Machs gut. Oh. Ey, wer killt mich immer? Oh. Der killt mich immer. Alter, das Ding behalten dich das ja viel besser als mein Schwert, Alter. Hallo, hier. Alter, ist das geil. Das macht 14 damage. Arrrr. Arrrr? Hier, hast du... Oh, ich hab leider auch beruflich. Oh, 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 oh. Gib dir. Ah, schon. Okay, ne, doch nicht. The Crusader. Ein geheimer Mission. Ein geheimer Mission. Ein geheimer Mission. Gimpel, ich glaub du hast ne Störung. Guck mal hier, Kitzekatze. Vielleicht ist der besser. Ich hab alle Störungen. Kitzekatze. Warum haben wir jetzt die Störung? Ich bin die Kitzekatze. Ja, das ist halt auch wieder so ein, so ein Singens von uns, ne? Welcher Mod sind die denn? Von Megaloot. Ja, warte mal. Es gibt, es gibt etwas, was man klicken kann. Megaloot kannst du halt nicht craften und noch nicht reparieren. Wenn kaputt, dann kaputt. Bin kaputt, bin kaputt. Bin kaputt. Doch. Okay, da brauchen wir noch blau. Ich kann auch die kompletten Reliquiarity, ach quatsch, die kompletten, äh, Coins hier abgeben. Ich hab auch einen kompletten Strang, den du gemacht hast mit den Dimensional Doors, hab ich nicht gemacht, Aldi Bobo. Hast du nicht? Mh, mh, mh. Wie kannst du denn so? Mh, mh, einfach nicht klicken. So, jetzt brauche ich blauer Blut. Moment, was ist das denn? April Fool Pet. April Fool Pet. Das ist super effektiv und super stark. Born Foolishness. Okay, whatever. Oh, das kann ich mir nicht. Blaue Pflanzen brauche ich. Kriege ich die blaue raus? Lapis-Lotus. Ja, das ist nicht das, was ich brauche. Ja. Ja, das ist nicht das, was ich brauche. Ja. 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 Na, wir haben auch ein Blümchen. Wir brauchen eine blaue Farbe. Äh, das ist das Wasser. Also, was wir hier haben. Lass dich ja. Nichts mehr wegschmeißen. Ach, das kann ich doch nicht wissen. Alles ins ME-System. Alles reinschmeißen. Ja, aber ich dachte, das sind so unwirkliche Pflanzen. Nein, ich brauche jetzt beispielsweise blaue Farbe. Und warum bekomme ich die nicht? Weil ja ein blödes. Nee. Ich habe ein tolles Villager-Loft gefunden. Welches, ich glaube ich, bereits entdeckt habe. Ja, hier mit der Bogen geklappt. Ja, hier mit der Bogen geklappt. Ja, hier mit der Bogen geklappt. Gut, Leute, wir sind beim nächsten Mal wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Ryan, bis zum nächsten Mal. Mir fällt gerade ein, dass ihr auch Bob-Mebel hätte benutzen können. Jetzt ist es zu spät. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.